Leute, heute ist endlich ein neuer Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 erschienen und was für ein Trailer das war. Wir sehen Mandalorianer und Sternenjäger Action, Caroussand, eine Bayern der Droiden ihre Freizeit genießen, Monster, Mandalore, Dr. Pershing, Captain Carson Tavata tauchen wieder auf und noch so, so viel mehr. Der Trailer sieht absolut genial aus und wir wissen ja, dass Star Wars es ganz gerne so macht, dass sie so hauptsächlich von der ersten Staffelhälfte Sachen in die Trailer ihrer Serien packen und wenn das war ist, frage ich mich, was halten ihr doch für die zweite Staffelhälfte zurück? Das wird so wild. Auf Stars Basis habe ich auch schon eine Traileranalyse zum Trailer gemacht, wenn ihr das Analysevideo sehen wollt, findet ihr das hier in der Endcard verlinkt.